Okay, jetzt nehmen wir hier einen Roboter, der irgendwie diese Bälle durch den Arsch einnimmt und dann vorne wieder auskotzt. Jetzt müssen wir hier eine Brücke bauen. Und wir müssen auch versuchen, dass sie nicht kaputt geht. Zack. So. Ähm, so. Komm. So. Jetzt sollte ich vielleicht hier einen Ballon, nee, einen Ballon hier hin machen, damit das weiter nach oben kommt. Nee, ich lasse dich bestimmt nicht fallen, sonst stirbst du in dieser Flüssigkeit. So, das ist eigentlich eine angenehme Höhe. Das ist wieder die angenehme Höhe, die ich haben wollte. Okay, jetzt ging es gerade so in den, äh, bildlich dorthin Bereich. Ähm, okay, jetzt tue ich hier aber noch einen Ballon hin. Dann ist es stabiler. Nein. Okay. So. Und jetzt hier. Jetzt tue ich hier noch einen Ballon hin, damit das hier nicht so nach unten neigt. Jetzt tue ich wieder hier einen Ballon hin. Jetzt tue ich einen Ballon hier hin. Ach. Komm, rein da, rein da, rein da. Fünf, sechs, sieben, acht. Komm, komm, du auch noch. Nein. Drei extra Punkte. Kannst du nicht mal, du Kackroboter. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nech. Leute, da sind ja immer, äh, die, so viele Bälle drin, so viele ich auch eingesammelt habe. Das wusste ich gar nicht. Und ich hab's endlich geschafft. Okay, jetzt kommt hier das nächste Level. Impelle Sticky. Was ist das hier jetzt bitteschön für ne, äh, Tromamusik? Ähm, hier ist ein schwarzes Loch. Pop, äh, time, back to back in time by move. Warte, stirbt der auch, wenn ich diese Flüssigkeit hier habe? Oh nein, nein! Oh, ich hab dich gerettet, mein Freund. Oh, okay, jetzt passt irgendwie die Musik dazu. Okay. Tu man nicht. Huh! Keine Sorge, ich rette euch alle. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier erstmal so einen Bogen machen und dann nach da oben. Ah, ha. Na? Ich mach das hier hinten erstmal ein bisschen stabiler. Jetzt hab ich Angst, dass das hier runterfällt. Ne, eigentlich sollte das ja da hinten stabil genug sein, oder nicht? So. So. Oh, ich bin ein richtiger Held. Oh, ich muss hier noch ein Gewicht drauflegen. Und dann... Das war's mit dieser Folge. Abonniert und aktiviert die Glocke, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Wenn es wieder heißt, Santi spielt World Guru. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal bei meinem Shop vorbeischaut. Den Link findet ihr in der Infobox. Ciao, ciao! Ciao, ciao!